Wir rühmen die siegreiche Lehre, begründet durch Friedrich von Hayek, erprobt unter Augusto Pinochet, durch Friedmann, den Nobelgepreisten, vollzogen durch Thatcher und Reagan, in hiesigen Landen durch Lamsdorf und seither von allen Regenten zum Ehren-Dogma erhoben. Das sind die Zeichen der Zeit. There is no alternative, das ist der Stundegebot, alternativlos. Das ist der einzige Weg, secundum non datum, so muss es sein, alternativlos. Wir singen das Loblied des Marktes, der alles aufs Trefflichste regelt, indem er die Investitionen dahin lenkt, wo größter Profit weht. So lasset uns privatisieren und machet die Bürger zu Kunden, dass keiner mehr glaubt, er hat Anspruch auf Dinge des täglichen Lebens. Das sind die Zeichen der Zeit. There is no alternative, das ist der Stundegebot, alternativlos. Das ist der einzige Weg, secundum non datum, so muss es sein, alternativlos. Wir singen das Schmählied des Staates, der halt seine Bürger nur gängelt, indem er sich unnötig einmischt in Bildung, Gesundheit und Wohlfahrt. So lasset uns senken die Steuern, des Staates Verschwendung beenden, dass endlich ein jeglicher Bürger Verantwortung trägt für sich selber. Das sind die Zeichen der Zeit. There is no alternative, das ist der Stundegebot, alternativlos. Das ist der einzige Weg, secundum non datum, so muss es sein, alternativlos. Wir singen das Loblied der Freiheit, die jeden zu Leistungen anspornt, indem sie dem Starken mit Lohn winkt und züchtigt den Schwachen durch Armut. So lasset uns deregulieren, dass Grenzen das Geld nicht mehr hindern und selbst abgeleitete Werte den Reichtum der Reichen vermehren. Das sind die Zeichen der Zeit. There is no alternative, das ist der Stundegebot, alternativlos. Das ist der einzige Weg, secundum non datum, so muss es sein, alternativlos. Wir singen von goldener Zukunft, in der nur der Preis alles regelt und jeder sich selbst optimierend des Marktes Erfordernis anpasst. So lasst uns die Kunde verbreiten, die Globalisierung entfesseln, auf das alle Völker der Erde, der Freiheit des Handelns sich beugen. Das sind die Zeichen der Zeit, there is no alternative, das ist der Stundegebot, alternativlos. Das ist der einzige Weg, secundum non datum, so muss es sein, alternativlos. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!